Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir uns Shiba Inu etwas genauer ansehen. War auch ein Coin, was mich ein bisschen überrascht hat, wo sich relativ oft gewünscht wurde. Doch immer noch viele Shiba Inu-Anhänger. Werden wir uns jetzt in den kleineren Timeframes und natürlich in den größeren Timeframes etwas genauer anschauen. Doch bevor wir starten, gerne dem Video ein Like da lassen, abonnieren nicht vergessen, auch die Glocke aktivieren, wenn ihr Bock darauf habt und gerne in die kostenlose, kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoinen, wenn ihr keine Trades mehr oder sonstiges verpassen wollt. Gut, und damit würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Genug Eigenwerbung gemacht. Momentan traden wir bei, ich verkürze es jetzt ein bisschen, 0,829 US-Dollar. Hat sich in den letzten Wochen sehr, sehr wenig getan. Muss man auch ganz ehrlich dazu sein. Shiba Inu ein bisschen mehr so in der Seitwärts-Konsolidierungsphase. Man sieht es auch hier, diese grüne Box. Gehen wir gleich ein bisschen näher nochmal drauf ein. Wir haben es vor kurzem hier oben eben nicht über diese 0,969 US-Dollar geschafft. Wir hatten ein kurzes Fake-Out im 4-Stunden-Chart, aber dann sofort wieder nach unten. Das heißt, wir haben die Ineffizienz hier oben erst einmal ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen die Liquidität rausgenommen. Trotzdem, es hat nicht dafür gereicht für ein endgültiges Breakout. Also kein gutes Zeichen. Daraufhin hat sich der Downtrend nochmal ein bisschen fortgesetzt. Wir hatten dann hier eine kleine 4-Stunden-Bullish-Divergence. Sehen wir hier ganz gut. Tieferes Tief im Chart. Höheres Tief im RSI. Aber auch daraufhin gab es keinen wirklichen Impuls. Wir befinden uns hier weiterhin seitwärts. Die Newslage um Shiba Inu, natürlich jetzt auch in einem Bärenmarkt, hat deutlich nachgelassen. Also hat sich hier sehr, sehr wenig getan. Trotzdem, es gibt ja immer noch so ein bisschen Shiba Inu. Soll ein Game rauskommen und so. Also da tut sich im Hintergrund wahrscheinlich noch einiges. Und die Market Cap ist immer noch sehr, sehr hoch. So, das heißt, in den 4-Stunden-Timeframes erkennen wir momentan sehr, sehr wenig. Einfach so ehrlich müssen wir sein. Es gibt momentan hier nichts wirklich zu traden. Denn auch die 4-Stunden-Bullish-Divergence hat sich hier nicht wirklich schön ausgespielt. Daraufhin würde ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr reingehen. Wir schauen nochmal ganz kurz vom Downtrend her. Das sehen wir auch. Okay, Downtrend weiterhin intakt, wenn wir hier die Wicks verbinden. Und ihr wisst, ich verbinde immer gerne die Wicks, weil da drüber irgendwie die Liquidität liegt. Aber auch hier tut sie wenig. Deswegen lohnt sich der Blick vielleicht mal hier auf den Daily-Timeframe. Und dann wisst ihr jetzt auch, warum ich diese grüne Box hier drin habe. Und zwar, die resultiert weiterhin noch aus dem Juni, beziehungsweise Juli 2021. Wir hatten hier mehrmals dicken Widerstand, nachdem wir dann hier dieses impulsive Breakout bis zu unserem All-Time-High eben hier oben hatten. Und genau in dieser Zone befinden wir uns momentan. Was meines Erachtens wichtig war, wir haben hier drüben vom 20. Juni 2022, hatten wir nochmal so eine kleine Ineffizienz, beziehungsweise so ein kleines Void hier drüben gebildet mit einem Vektor hier in diesem Bereich, also auch in dieser grünen Box. Diese wurde gefüllt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, wir müssen hier erst einmal nichts mehr füllen. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, für eine potenzielle Bodenbildung, auch hier unten. Also ihr seht hier diesen impulsiven Anstieg damals zu unserem All-Time-High. Und den haben wir bis auf den Dollar genau hier drüben gefüllt. Und das war am 18. Juni 2022. Also ganz, ganz wichtig. Wir haben die Ineffizienzen gefüllt, die durch den ganzen Bullrun entstanden sind. Das heißt, wir haben Liquidität in diesen Bereich gebracht. Wichtiges Zeichen. Trotzdem ist das jetzt möglicherweise schon der Boden. Ich glaube es noch nicht. Warum? Wir haben keinerlei Bullish Divergence. Wir sind hier gerade auf dem Daily-Time-Frame. Ihr seht es hier. Normalerweise würde es gut passen. Immer tiefere Tiefs. Haben aber dann hier im RSI leider wieder ein tieferes Tief auch im RSI gebildet. Also wir sehen hier keinerlei Divergenz. Kein schönes Zeichen. Das Einzige, was ich hier ein bisschen ausbilden könnte, wenn wir jetzt hier wieder ein bisschen mit Chart-Pattern argumentieren, dass wir hier so ein kleines Falling-Wedge-Chart-Pattern reinkriegen. Gefällt mir aber ehrlich gesagt nicht. Weil mir hier die Bodenbildung gefällt mir. Aber von oben hin ist es sehr, sehr steil. Das ist jetzt nicht unbedingt das Wunsch-Szenario. Wir können es aber gerne mal drinnen lassen. Einfach unter der Prämisse. Wir kriegen hier noch keinen Breakout, sondern wir kriegen hier nochmal ein tieferes Tief. Vielleicht sogar mit einem Fakeout unter diese Zone. Und versuchen dann eben das Breakout nach oben hin. Das würde für mich eher für einen potenziellen Boden sprechen, weil wir dann im RSI wieder eine Bullish Divergence hätten. Heißt, wir könnten dann dadurch eine neue Rallye nach oben hin starten. Das bitte mal einen Blick behalten. Falling-Wedge, wie gesagt, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ich wäre hier eher scharf, sage ich mal, auf diese Bullish Divergence. Ansonsten lohnt sich der Blick immer nochmal ein bisschen auf vergangene Liquiditäts-Cluster. Wir sehen hier, okay, wir hatten hier so eine kleine Daily-Demand-Zone. Die wurde fast bis nach unten hingefüllt. Also wir haben hier noch ein bisschen Platz von der Liquidität. Und darauf kommt es jetzt eben an. Ihr seht hier diesen Volumen-Vorstoß. Das heißt, den haben wir uns schon mal gefüllt. Ganz, ganz wichtig. Und wenn wir jetzt hier drüber gehen, okay, hier, dann hatten wir ein tieferes Tief. Das heißt, die Liquidität wurde gegrast. Wir müssen nicht tiefer. Es würde jetzt aber wirklich vieles dafür sprechen, nochmal einen Lower Low zu kriegen. Zumindest minimal. Wir können das mal ganz kurz prozentual anschauen. Wo haben wir das prozentuale? Hier vom jetzigen Stand bis zu unserem Lower Low wären es 5 bis, ich sage jetzt mal, 7 Prozent, die noch machbar wären. Und das ist so, dieser Bereich, okay, ist absolut machbar. Wir wären weiterhin in unserer Daily-Demand-Zone, die Support geben würde. Wir hätten die ganze Liquidität abgegriffen und wir hätten eine potenzielle Bullish Divergence im Daily-Chart. Dann gucken wir noch ganz kurz, wie es von den SMAs aussieht. Hier sind wir meilenweit, also wirklich meilenweit von unserem 200er SMA auf Daily-Sicht weg. Sieht man auch hier ganz gut. Also wenn wir uns das angucken, nicht nur beim All-Time-High. Wir hatten hier einmal Widerstand, zweimal Widerstand, hatten keinen Daily-Close darüber. Also darauf wird es dann meines Erachtens ankommen. Wenn wir jetzt die Bullish Divergence kriegen, möglicher guter Einstieg, sage ich mal, für eine längere Episode, beziehungsweise auch Spot-mäßig. Und dann wird es wichtig, okay, wohin verlagert sich der 200er SMA? Würde dann sehr, sehr gut hier passen mit unserem Breakout. Und da wird es sich dann entscheiden, meines Erachtens nach. 200er SMA ist ein guter Indikator bei den Altcoins. Auf Daily-Sicht auf jeden Fall immer ein bisschen den Blick behalten. Und danach sind wir einfach in einem absoluten Downtrend. Und bis wir den erreichen, vom jetzigen Stand aus, gehen wir jetzt einfach ein Prozentzahl, werden es ungefähr 20%. Also da sehen wir dann auch, wir haben genug Zeit dann, uns das zu überlegen. Wer auf Nummer sicher gehen will, 200er SMA bitte immer einen Blick behalten. Solange wir hier kein Daily- bzw. Weekly-Close darüber haben, ist es immer noch ein bisschen gefährlich mit Bodenbildung. Der Bodenbildung, denn Shiba Inu kann auch immer noch maximal, also es wäre wirklich ein Maximum bei mir, diese 0,544. Das wäre nochmal ein krasser, krasser Dump. Das wären, glaube ich, nochmal 30, 40%. Die müssen wir nicht abschreiben. Also es kann sein, dass wir hier wirklich nochmal hinkommen, sollte Bitcoin wirklich auf 10k gehen. Was ich momentan nicht glaube. Deswegen die Box einfach mal unten drin. Also hier weiterhin vorsichtig, Bullish Divergence abwarten, Falling Vetch und den 200er SMA. Das sind die wichtigen Punkte, die wir auf jeden Fall im Auge behalten sollten. Ansonsten war es das von mir. Wenn ihr irgendwelche anderen Altcoin-Wünsche habt, gerne unten in die Kommentare reinschreiben, würde ich mich drüber freuen. Like da lassen, Abo da lassen. Das war es von mir. Wir hören uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto.